Liebe Studierende, meine Damen und Herren, vor 75 Jahren unterzeichnete Generaloberst Jodl, der Chef des Wehrmacht-Führungsstabes namens der Reichsregierung, die bedingungslose Gesamtkapitulation aller deutschen Streitkräfte. Damit endete ganz offiziell, zunächst auf dem europäischen, einige Monate später dann auch auf dem asiatischen Kriegsschauplatz, der erste wahrhaft globale Krieg in der Geschichte der Menschheit. Niemals zuvor war eine vergleichbar große Zahl von Staaten und Nationen, darunter sämtlich Großmächte der Epoche, in einen Krieg verwickelt gewesen, der zeitgleich auf mehreren Kontinenten und Ozeanen ausgetragen wurde. Allein Deutschland stand am Ende mit nicht weniger als 53 Regierungen formell im Kriegszustand. Die Zahl der Todesopfer war monströs. Sie wird sich wohl nie genau feststellen lassen, kann aber auf das Drei- bis Vierfache des Ersten Weltkrieges geschätzt werden. Die gängige Angabe von 60 Millionen dürfte jedenfalls eher unter als übertrieben sein. Blicken wir von heute auf die Schrecken jener Jahre zurück, so hat die Vorstellung, dass der Zweite Weltkrieg von Deutschland und seinen Verbündeten gewonnen worden wäre, etwas albtraumhaft Unwirkliches. Wir verweigern uns dieser Vorstellung vermutlich vor allem darum, weil wir uns zwänge, unsere eigene Existenz völlig neu zu definieren, hätten wir doch dann all das Entsetzliche mitzudenken, für das der Nationalsozialismus steht. Wir neigen daher gemeinhin dazu, die Niederlage Hitler-Deutschlands als einen Akt historischer Gerechtigkeit anzusehen. Wird doch am Ende bestraft, wenn den Krieg entfesselt und den Völkermord vollstreckt hat. Selten in der Geschichte sei, so etwa der amerikanische Autor Michael Bass, ein Krieg so vielen Menschen als so gerecht erschienen wie der Krieg gegen Hitler. Vor allem in der angelsächsischen Welt scheint bis heute der Glaube ungebrochen, dass es vor allem die eigenen, hohen moralischen Prinzipien gewesen seien, die den Weg zum Krieg gewiesen hätten. Historiker vermag diese Erklärung kaum zu beeindrucken. Nichts nämlich deutet darauf hin, dass die Geschichte, was immer wir darunter verstehen wollen, sich nach Prinzipien von Fairness und Gerechtigkeit entwickelt. Kein historisches Gesetz verbirgt, dass das Böse scheitert. Auch ein gerechtfertigter Krieg und als Good War gilt der Zweite Weltkrieg, vor allem in der angloamerikanischen Erinnerungskultur, bis heute fast uneingeschränkt. Auch ein solcher Good War kann verloren gehen. In der Tat ist der Zweite Weltkrieg dann auch angefangen, von Churchills Erinnerungen bis hin zu Werken namhafter Historiker unserer Tage immer wieder als ein lange Zeit unentschiedenes, ja fast schon verlorenes Ringen dargestellt worden, in dessen Verlauf sich die Waagschale des Sieges erst spät, nach vielen verlustreichen Schlachten langsam zugunsten der Alliierten neigte. In ganz ähnlichem Sinne nur umgekehrt hat auch die überlebende deutsche Generalität den Krieg vorzugsweise gedeutet. Wie ein roter Faden durchzieht ihre Erinnerungen zumeist die Gewissheit, dass der Krieg hätte gewonnen werden können, hätte nicht ein dilettantischer Diktator durch schwere operative und strategische Fehlentscheidungen die Pläne der Generalstäbler durchkreuzt. Generalfeldmarschall von Mannstein zum Beispiel gab seinen Memoiren den programmatischen Titel Verlorene Siege und ließ seine Leser nicht im Zweifel darüber, wer denn die deutschen Siege errungen und wer sie dann leichtfertig verspielt habe. Wie schon nach dem Ersten Weltkrieg blieb das Vertrauen der deutschen Militärs in die eigenen Fähigkeiten auch nach der zweiten vernichtenden Niederlage innerhalb einer Generation scheinbar unerschüttert? War es nach 1918 der Dolchstoß gewesen, so war es nach 1945 Hitlers Dilettantismus, welcher in Verbindung mit einer erdrückenden personellen und materiellen Überlegenheit des Gegners die Niederlage verschuldet habe? Eine solche Haltung machte ernsthafte Kritik, ernsthafte Selbstkritik überflüssig. Vielmehr verfestigte sie auf lange Zeit die deutsche Legende von den vermeintlich besten Soldaten. Der Deutung des Zweiten Weltkrieges als eines langen, wechselvollen Ringens entspricht eine Fülle von Büchern, die sich mit angeblichen Wendepunkten, angeblichen oder tatsächlichen Wendepunkten dieses globalen Konflikts beschäftigen. Schon der Begriff des Wendepunktes impliziert dabei, dass der Krieg von einem bestimmten Zeitpunkt an eine grundlegend andere Richtung genommen habe. Die Straße des Sieges sei verlassen und jene der Niederlage betreten worden. Oder eben umgekehrt. Aus naheliegenden Gründen hat sich die so argumentierende Historiografie als erzählebig erwiesen. Und zwar ganz unabhängig davon, wo sie im Einzelfall den Turning Point verortet. Einer geschlagenen und erniedrigten deutschen Kriegsgeneration vermittelte dieser Ansatz das Gefühl, doch zumindest ein gleichberechtigter Gegner gewesen zu sein. Zugleich bedient er in den Gesellschaften der ehemaligen Siegermächte ein bis heute dominierendes Verständnis des »Wir sind noch einmal davon gekommen«. Dieses Bewusstsein bildet denn auch die Grundlage für den Stolz all jener, die ihre jeweilige Heimat einst unter Einsatz ihres Lebens verteidigten und retteten. Wenn wir im Folgenden die These entwickeln, der zufolge das Dritte Reich auch oder gar vor allem an sich selbst gescheitert sei, Hitlers Krieg womöglich von vornherein kaum gewinnbar gewesen sei, so setzen wir uns damit fast zwangsläufig dem Missverständnis aus, die ungeheuren Opfer relativieren zu wollen, die von Streitkräften weltweit, in erster Linie aber sicher von der Roten Armee, zur Niederringung Hitler-Deutschlands erbracht wurden. Nichts läge uns ferner, unser Ansatz ist ein ganz anderer. Ein zentrales Erklärungselement in der Wendepunktgeschichtsschreibung bilden tatsächliche oder vermeintliche Fehlentscheidungen auf operativer oder strategischer, auf politischer oder wirtschaftlicher Ebene. Diskutiert werden dabei oftmals angebliche Entscheidungsalternativen. Allzu häufig liegen denen freilich unrealistische Annahmen zugrunde. Die alte Stammtischfrage danach, wie der Krieg wohl verlaufen wäre, hätte Deutschland bloß die Sowjetunion nicht angegriffen, ist historiografisch unsinnig schon darum, weil Hitler eben nicht Hitler gewesen wäre, wenn er auf die Füllung seines Lebenstraumes, die Eroberung von Lebensraum im Osten, freiwillig verzichtet hätte. Von solcher Art unhistorischen Argumenten abgesehen, spielten im Zweiten Weltkrieg, wie in jedem anderen Krieg auch, Fehlentscheidungen, aber in der Tat eine wichtige Rolle. Der Krieg hätte vielleicht einen anderen Verlauf genommen, wenn Hitlers viel diskutierter Dünkirchenbefehl 1940 anders ausgefallen wäre, wenn er die Sowjetunion 1941 einen Monat früher angegriffen oder sich mit seinen Generalen früher auf die Ziele des Barbarossa-Unternehmens verständigt hätte. Die Liste ließe sich leicht fortsetzen. Dem wäre allerdings entgegenzuhalten, dass auch Hitlers Gegner, insbesondere Stalin, aber zuvor bereits die französische und die britische Führung immer wieder haarsträubende Fehlentscheidungen getroffen haben, von denen die deutsche Kriegführung erheblich profitierte. Kriege, so ließe sich eine Anlehnung an Klausewitz gerade auch in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg formulieren, bestehen aus einer Vielzahl von Fehlentscheidungen aller beteiligten Parteien. Entschieden werden sie letztlich zulasten jener Seite, die einige Fehler zu viel macht. Die Frage, warum die Führung des Deutschen Reiches im Zweiten Weltkrieg offenbar mehr oder jedenfalls gravierendere Fehler beging, als die der Gegenseite, soll im Mittelpunkt meiner nachfolgenden Ausführungen stehen? Handelte es sich dabei um eine Kette von Zufällen? Lag es an der Persönlichkeit des deutschen Diktators? War es das schiere Missverhältnis der Kräfte? Ergebnisse der deutschen und internationalen Forschung, einschließlich meiner eigenen, legen die Vermutung nahe, dass die Ursachen grundsätzlicher Art sind. Es sind nämlich vielfältige strukturelle Defizite und Fehlentwicklungen im politischen und militärischen Machtapparat Deutschlands erkennbar geworden, die uns nötigen, gängige Vorstellungen von der Leistungsfähigkeit des NS-Regimes im industrialisierten Weltkrieg zu überdenken. Auf die Gefahr unziemlicher Vereinfachung hin seien im folgenden fünf eng miteinander verwobene Systemfehler skizziert, die es in ihrer Gesamtheit, so meine These, von vornherein unwahrscheinlich gemachten, dass Deutschland den von ihm entfesselten Krieg als Ganzen hätte gewinnen können. Das augenfälligste Defizit der deutschen Kriegführung war das Fehlen einer durchgängigen, klaren und in sich schlüssigen Gesamtstrategie. Als der Krieg 1939 begann, bestand zum Beispiel unter den politischen und militärischen Entscheidungsträgern in Großbritannien längst Übereinstimmung darüber, dass man einem langen Krieg von mindestens dreijähriger Dauer entgegensähe, den Großbritannien schon allein aufgrund seines Ressourcenmangels nur mit Unterstützung von außen, das heißt seitens des Commonwealth sowie der Vereinigten Staaten von Amerika, würde durchstehen können. Einen vergleichbaren Konsens über den Charakter des Krieges und die sich daraus ergebende Strategie gab es in Deutschland nicht. Natürlich, die geopolitische Lage des Reiches in der Mitte Europas machte operative Konzepte für kurze Kriege zu einer Notwendigkeit. Doch folgt daraus mitnichten, dass die politischen, militärischen und wirtschaftlichen Eliten des Regimes sich auf eine umfassende Blitzkriegsstrategie verständigt hätten. Die schnellen Erfolge der ersten Jahre erwecken zwar diesen Eindruck, doch konnte davon zunächst keine Rede sein. So etwas verfolgte die deutsche Führung allein im Spätjahr 1939 nicht weniger als drei strategische Konzepte rasch nacheinander. War man anfangs davon ausgegangen, ein isoliertes Polen mit einer begrenzten Zahl von Truppen gleichsam in einer erweiterten Polizeiaktion nach dem Muster Österreichs und der Tschechoslowakei überwältigen zu können. So hatte man sich nach der Kriegserklärung der Westmächte am 3. September auf einen Jahre währenden Krieg einzustellen. Angesichts der augenscheinlichen Untätigkeit der Alliierten während des sogenannten Sitzkrieges hoffte man wenig später aber schon wieder den Krieg durch eine kurzfristige Mobilisierung aller verfügbaren Kapazitäten doch noch zu einem schnellen Ende bringen zu können. Auch der Feldzug gegen Frankreich entsprang keineswegs einer sorgfältig geplanten Blitzkriegsstrategie, sondern basierte lediglich auf einem ebenso riskanten wie brillanten operativen Konzept, das von einem Außenseiter entworfen und von Hitler als sogenannter Sichelschnittplan gegen den Rat der eigentlich zuständigen Generalstäbe durchgesetzt worden war. Nicht weniger als drei alternative Konzepte waren in den Monaten zuvor ausgearbeitet und verworfen, der Angriffstermin selber nicht weniger als 28 Mal verschoben worden. Der für die meisten Beobachter diesseits wie jenseits der Front unerwartet rasche und durchschlagende Erfolg der deutschen Offensive war weder zufällig noch vorherbestimmt. Er basierte auf operativer und taktischer Überlegenheit sowie den Fehlern eines falsch vorbereiteten und bündnispolitisch schlecht koordinierten Gegners, aber er basierte auch auf einer gehörigen Portion Glück. Im hier diskutierten Zusammenhang entscheidend ist die Feststellung, dass der kolossale militärische Triumph über Frankreich im Sommer 1940 den Keim für das spätere strategische Scheitern Deutschlands bereits in sich trug. Der Sieg stürzte den deutschen Diktator und seine Berater nämlich in ein schwer lösbares strategisches Dilemma. In der Euphorie der Stunde waren sich dessen freilich nur wenige bewusst. Die neue britische Regierung unter Winston Churchill von der amerikanischen Administration unterstützt, verweigerte sich nämlich jedem Arrangement mit Berlin und drohte dem Deutschen Reich jenen langen Krieg aufzunötigen, auf den es wie schon 1914 weder personell noch materiell vorbereitet war. Die seit spätestens Mitte Juni, nein Mitte Juli 1940, aus Berliner Sicht halsstarrige Haltung Churchills, brachte Hitler um den eigentlichen, den vielleicht wichtigsten politischen Triumph seines Wettfeldzuges, den erhofften Rückzug Londons aus dem Krieg. In dieser Situation war die Aussicht auf einen sich noch über Jahre hinziehenden Europäischen Krieg allein schon darum beunruhigend, weil auf der Hand lag, dass die riesigen territorialen Gewinner des ersten Kriegsjahres, auf Dauer nur mit jenen Gewaltmethoden zu behaupten sein würden, mit denen sie errungen wurden. Die Verteidigung des deutsch besetzten Kontinents zwischen Nordkap und Biskaja drohte militärische Kräfte in einem Maße zu absorbieren, das auf längere Sicht jede weitere aktive Kriegführung des Reiches ernsthaft beeinträchtigen musste. Die Schwierigkeiten liegen, so schlussfolgerte Staatssekretär Ernst von Weizsäcker Ende Juni, also auf dem Höhepunkt der Euphorie, die Schwierigkeiten liegen mit weniger in der augenblicklichen Lage als in der künftigen Entwicklung. Denn die Erhaltung unseres Erfolges durch militärische Machtmittel muss zu Überanstrengung führen. Eine bemerkenswerte, aber seltene Weitsicht in jenen Tagen. Erst jetzt, ab Sommer 1940, sollte eine umfassende Blitzkriegsstrategie den Ausweg aus dem Dilemma verweisen. Im Rahmen einer komplexen Gesamtplanung für den Krieg gegen Russland sollten Rüstungsproduktion, Personalwirtschaft und militärische Ausbildung präzise aufeinander abgestimmt werden. Personelle Verluste, der Ausfall an Pferden und der zu erwartende Materialverschleiß, Munitions- und Treibstoffverbrauch, Transportkapazitäten und Nachschubwege, all das und noch viel mehr musste für die angesetzte Feldzugsdauer anhand von Schätzwerten, die zumeist auf den Erfahrungen des Krieges gegen Frankreich basierten, kalkuliert werden. Bekanntlich hielten diese Plandaten allesamt den Realitäten des Krieges im Sommer 1941 nicht stand. Spätestens mit Beginn der großen sowjetischen Winteroffensive in der 2. Dezemberwoche 1941 war allen Hauptakteuren klar, dass Deutschlands erster strategisch geplanter Blitzkrieg gescheitert war. Was dies bedeutete, dämmerte dem deutschen Diktator bereits Mitte November, als er prognostizierte, dass die beiden Feindgruppen sich gegenseitig nicht vernichten können, wie er sagte, und ein Verhandlungsfriede darum wahrscheinlich sei. Nachdem mit der sogenannten Operation Blau im Sommer 1942 auch der zweite Anlauf zur Niederringung der Sowjetunion misslungen war, waren Hitler und seine Generale am Ende ihres Lateins. Strategische Gesamtplanungen interessierten den deutschen Diktator von nun an nur noch wenig. Wie wenig? Das illustriert die Tatsache, dass die wohl allerletzte gesamtgesellschaftliche, global strategische Lageanalyse, die ihm vorgelegt wurde, vom 10. Dezember 1942 datiert. Globale Zahlenvergleiche zwischen Achsenmächten und Alliierten kümmerten ihn nicht mehr. Ebenso wenig längerfristige Prognosen über den Kriegsverlauf. Der Grund für dieses Desinteresse war meines Erachtens einfach. Hitler wusste bereits um die bevorstehende Niederlage und konzentrierte sich ganz darauf, sie als heroisches Geschehen zu choreografieren. Es gab daher während der ganzen zweiten Hälfte des Krieges kein, wie auch immer geartetes strategisches Konzept für eine erfolgreiche Fortsetzung des Krieges mehr. Was von der überlebenden deutschen Generalität später als strategische Defensive ausgegeben wurde, war im Grunde nichts anderes als eine Defensive ohne Strategie. Das heißt, eine Taktik des Haltens um jeden Preis. Selbst Hitler, gemeinhin nicht zur Selbstkritik neigend, musste nun einräumen, sich nur noch von Monat zu Monat durchzuwursteln. Neben der strategischen Konzeptionslosigkeit stellte die politisch- militärisch und ideologisch bedingte Unfähigkeit zur Bündnispartnerschaft und Koalitionskriegführung eine zweite schwere Beeinträchtigung der deutschen Kriegsanstrengungen dar. Zweifellos gab es einige mehr oder weniger erfolgreiche Ansätze zur Koalitionskriegführung sowohl zwischen Deutschland und Italien als auch zwischen Deutschland und Finnland, doch beschränkten sie sich auf die rein militärisch-operative Ebene und die hierfür in Frage kommenden Kriegsschauplätze. Weiter reichende Absprachen, wie sie in den diversen Komitees und gemischten Stäben der Westalliierten über Fragen der Strategie und der Kriegsziele, der Rüstungsproduktion und Logistik getroffen wurden, waren unter den Achsenmächten nahezu unbekannt. Als zum Beispiel der finnische Oberbefehlshaber Marschall Mannarheim, Hitlers wichtigster Verbündeter im Kampf gegen die Sowjetunion, am 28. Juni 1942 erstmals das Führerhauptquartier besuchte, erfuhr er in einer eigens für ihn vorbereiteten Schaulage erstmals davon, dass deutsche Truppen zur selben Stunde im Begriff standen, Deutschlands zweiten Sommerfeldzug gegen die Sowjetunion zu eröffnen. Als besonders fatal erwies sich, dass ausgerechnet das Bündnis mit Japan, dem mit Abstand kriegsstärksten Partner des Reiches, letztlich kaum mehr als eine propagandistische Fassade blieb. Verträge wie der Drei-Mächte-Pakt zwischen Berlin, Rom und Tokio im September 1940 oder die Abgrenzung der strategischen Interessenssphären entlang des 70. Längengrades im Januar 1942, waren nur substanzlose Absichtserklärungen. Im Gehe es darum, so hatte Hitler im Oktober 1941 zu verstehen gegeben, die kontinentale Vorherrschaft auszukosten. Jeder Gedanke an Weltpolitik ist lächerlich, solange man den Kontinent nicht beherrscht. An dieser Haltung hielt er auch nach Pearl Harbor fest. Sie kann nicht einfach als globalpolitische Blindheit eines nur in kontinentalpolitischen Herrschaftsträumen befangenen Diktators abgetan werden. Vielmehr spiegelt sich in ihr auch die Einsicht, dass Deutschland die Kräfte und Möglichkeiten zu einer globalen, transozeanischen Koalitionskriegführung ganz einfach fehlten. Anfang 1942 legte die Seekriegsleitung zwar einen großen Plan vor, dem zufolge der Schwerpunkt der deutschen Kriegsanstrengungen 1942 auf eine von Deutschland und Japan zangenförmig gegen das British Empire, konkret gegen den Nahen Osten und Indien zu führende Großoffensive gelegt werden sollte. Generaloberst Halder, der Chef des Heeresgeneralstabs, kommentierte den Plan angesichts der dafür verfügbaren Kräfte, aber nur sarkastisch mit den Worten, die Leute träumen in Kontinent. Die Gründe für die allerorten fehlende strategische Zusammenarbeit mit den Verbündeten waren weder zufälliger Art noch allein durch die Umstände des Krieges bedingt, sondern zugleich tief in der Natur des NS-Regimes verankert. Man tat sich in Berlin wesentlich schwerer als zum Beispiel in London, die Grenzen eigener Macht und eigener Möglichkeiten und damit die Notwendigkeit einer nachhaltigen Bündnispolitik anzuerkennen. Der NS-Führung fehlte es an den ideologischen Voraussetzungen echter Koalitionskriegführung. Die Fähigkeit zum Kompromiss war dem nationalsozialistischen Denken ebenso fremd wie eine Anerkennung von Gleichberechtigung oder der Wille zur Fairness. In Bezug auf Japan kamen rassenideologische Vorbehalte hinzu, bedauerte Hitler im Grunde doch, dass der gesamte ostasiatisch-pazifische Raum nunmehr der weißen Rasse verloren gehe. Die Bündnisse, die NS-Deutschland einging, waren aus diesen und anderen Gründen zumeist nur deklamatorische Propagandaakte. Seine Verbündeten behandelte das Reich dennoch kaum als Partner, sondern vielmehr als Hilfsvölker. Konsequenterweise begann sich das Achsenbündnis von dem Augenblick an aufzulösen, als die militärische Kraft des zunächst übermächtig scheinenden Deutschen Reiches ihren Zenit überschritten hatte. Bis zum Sommer 1944 war das Bündnis der Ungleichen fast vollständig zerfallen. Auch der Zusammenschluss der Alliantenmächte stellte, wenn man sich die kaum überbrückbaren Gegensätze vor allem zwischen den Westmächten und der Sowjetunion vor Augen hält, zweifellos eine Strange Alliance dar. Der entscheidende Unterschied ist jedoch, dass innerhalb dieser zu Recht als Antitler-Koalition bezeichneten Allianz jede Macht ein ureigenes Interesse an der Niederringung Deutschlands hatte. Demgegenüber verfügte Hitlers eigene Koalition über gar keinen gemeinsamen Feind. Während die Sowjetunion der Hauptgegner sowohl des totalitären Deutschland als auch des demokratischen Finnland war, unterhielt Tokio mit Moskau ein Neutralitätsabkommen. Berlin wiederum hätte es am liebsten gesehen, wenn sich die Hauptgegner Japans und Italiens, nämlich die angelsächsischen Seemächte, so lange als möglich vom Kriege ferngehalten bzw. später wieder aus ihm zurückgezogen hätten. Ungarn und Rumänien schließlich, beide Verbündete des Deutschen Reiches betrachteten sich gar wechselseitig als die eigentlichen Todfeinde. Ich komme zu meinem dritten Punkt. Der vielleicht gravierendste, in seinen Auswirkungen auf die Kriegführung überraschenderweise aber bislang wenig systematisch erforschte Systemfehler des NS-Regimes war der irrationale Charakter seiner strategischen Entscheidungsprozesse. Man mag es als einen späten Triumph der nationalsozialistischen Propaganda ansehen, dass das Führerprinzip, auf dem sie beruhten, noch Jahrzehnte nach dem verlorenen Krieg gemeinhin als ein besonders effizienter Befehlsweg galt. Demnach erteilte der Führer in völliger Unabhängigkeit seine Weisungen, den die Gefolgschaft auf den verschiedenen Ebenen der Hierarchie im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeitsbereiche gehorsam leistete. Ein solches System hatte, soweit es überhaupt funktionierte, und das tat es nur bedingt, ein solches System hatte zweifellos gewisse Vorteile. Denn es erlaubte dem Diktator, in von ihm klar überschaubaren Situationen schnelle Entscheidungen zu treffen und so seine Innen-, später dann seine außenpolitischen Gegner immer wieder zu überraschen. Die bemerkenswerten Erfolge, die der Nationalsozialismus anfangs mit der Errichtung der totalitären Diktatur, bald aber auch in seiner Außenpolitik sowie dann in den Anfangsjahren des Krieges auch mit militärischen Mitteln errang, diese Erfolge waren zu einem wesentlichen Teil auf dieses Überraschungsmoment zurückzuführen. Selber nur einem geringen Abstimmungsbedarf unterworfen, vermochte der Diktator seine jeweiligen Gegner durch schnelle, flexible und mitunter unkonventionelle Entscheidungen immer wieder vor vollendete Tatsachen zu stellen, nicht ohne ihren Widerstandsgeist durch anschließende Friedens- und Wohlverhaltensbeteuerungen zu lähmen. Es liegt auf der Hand, dass ein solches gleichbleibend schlichtes Muster zunächst erfolgreicher Regelverletzungen sich auf die Dauer abnutzen musste, weil es jedes Vertrauen in die Berechenbarkeit der deutschen Politik untergrub. Im hier diskutierten Zusammenhang wichtiger ist etwas anderes, dass auf die Entscheidungsgewalt eines einzelnen zugeschnittene Führerprinzip, welches solcher Politik zugrunde lag, konnte nur funktionieren, solange die für die Entscheidung maßgeblichen Gesamtumstände für den Diktator überschaubar blieb. Unter den Bedingungen eines industrialisierten und damit gesamtgesellschaftlich organisierten Krieges von globalen Dimensionen waren indes immer wieder Entscheidungen zu treffen, deren jeweilige Voraussetzung, deren Begleiterscheinungen und Folgewirkungen die Beurteilungsmöglichkeit eines einzelnen Menschen überstiegen und zwar auch dann überstiegen hätten, wenn dieser Mensch jener größte Feldherr aller Zeiten gewesen wäre, als welchen die NS-Propaganda Hitler stilisierte und der Volksmund ihn mit der Bezeichnung Gröfatz später verspottete. In Großbritannien wurden daher alle komplexen Entscheidungen durch ständig oder eigens eingerichtete Stäbe und Komitees vorbereitet, in denen militärische und zivile Vertreter aller zuständigen Ressorts nach Lösungsmöglichkeiten für gegebene Probleme suchten, Alternativen erwogen und sich auf gemeinsame Empfehlungen an das Kriegskabinett zu verständigen trachteten. Das war immer wieder ein mühseliger und zeitraubender Prozess, bei aller Routine zeitraubend und Konflikt behaftet, der zu Verzögerungen führte, wo schnelleres Handeln geboten gewesen wäre. Und doch war das angelsächsische Committeesystem dem deutschen Führerprinzip überlegen, deutlich überlegen. Es ermöglichte nämlich eine rationale Entscheidungsplanung, bei der man Idealiter davon ausgehen durfte, Kosten und Nutzen strategischer Entscheidungen halbwegs realistisch einschätzen zu können. Im Einzelfall erwies sich diese Einschätzung aufgrund der einem Krieg eigentümlichen Unwägbarkeiten zwar wiederholt als Illusion, auf die Dauer jedoch als gerechtfertigt, weil die Komitees gerade dank ihrer Systemrationalität immer wieder aus zuvor begangenen Fehlern zu lernen verstanden. In Deutschland gab es all das nicht oder allenfalls in Ansätzen. Obwohl es nicht an Stäben und Kommissionen mangelte, wurden strategische Schlüsselentscheidungen im Führerstaat nur selten und nach 1941 überhaupt nicht mehr umfassend und systematisch vorbereitet. Vielmehr handelte es sich bei ihnen in aller Regel entweder um persönliche Entscheidungen Hitlers oder aber um das mehr oder minder willkürliche Ergebnis eines zur Gewohnheit gewordenen Wettlaufs der jeweiligen Ressortverantwortlichen um die Gunst des Diktators. Schon die Bestimmung des Kreises jener militärischen und zivilen Würdenträger, denen überhaupt ein unmittelbares Vortragsrecht beim Führer zugestanden wurde, folgte dabei weitgehend undurchschaubaren Regeln persönlicher Beziehungen. Hitlers schon erwähnte Entscheidung für Mannstein-Sichelschnittplan im Frühjahr 1940 stellt beileibe nicht das einzige Beispiel für das unsystematische Decision-Making im Führerhauptquartier dar. Auch die Entscheidung für das Unternehmen Barbarossa wurde von Hitler unter Missachtung der Ratschläge seiner wichtigsten militärischen Fachleute getroffen. Noch während diese darüber berieten, ob sie ihrem obersten Befehlshaber einen begrenzten Krieg gegen die Sowjetunion empfehlen oder nicht lieber von jedem Angriff überhaupt abraten sollten, entschied Hitler sich für eine dritte Lösung, den umfassenden Vernichtungskrieg. Obwohl dieser einen beinahe doppelt so starken Kräfteansatz erforderte wie die von den Generalstäblern erwogene kleinere Lösung, brauchte Hitler den Widerspruch seiner Militärs nicht zu fürchten. Seit dem triumphalen Sieg über Frankreich war seine Stellung auch als Feldherr praktisch unangreifbar geworden. Die deutsche Kriegserklärung gegenüber der stärksten Industriemacht der Welt, den Vereinigten Staaten von Amerika im Dezember 1941, war ebenfalls das Ergebnis einer von Hitler persönlich getroffenen Entscheidung, deren mittel- und langfristige Implikationen niemals systematisch studiert und erörtert worden wären. Diese hier erwähnten und viele spätere Entscheidungen waren das Ergebnis weder von Pannen noch von bürokratischer Desorganisation. Es würde auch zu kurz greifen, sie einfach Hitlers persönlichen Neigungen zuzuschreiben. In mancher Hinsicht nämlich war Churchills naturell dem des deutschen Diktators durchaus ähnlich. Auch der britische Premier tendierte dazu, sich unter dem Einfluss weniger Vertrauter ein eigenes Bild von den Dingen zu machen, statt sich allein auf die Berichte seiner Generalstäbe zu verlassen. Auch er sympathisierte oft mit unkonventionellen, strategischen oder operativen Vorschlägen, die im Außenseiter unterbreiteten. Entsprechend groß war die Mühe der britischen Chiefs of Staff, die obsessive Vorstellungs- und Willenskraft ihres Premierministers in Zaum zu halten. Erbitterte Streitigkeiten über Werte und Machbarkeit über Kosten und Nutzen einzelner Operationen waren an der Tagesordnung. Der entscheidende Unterschied zu Deutschland bestand indes darin, dass sich in Großbritannien all diese Konflikte und Friktionen im Rahmen eines insgesamt wohl organisierten und schon im Ersten Weltkrieg bewährten Entscheidungssystems abspielten, dessen Träger etablierte Institutionen mit klar definierten Verantwortungsbereichen waren. All das existierte in Deutschland nicht oder war im Zuge der NS-Herrschaft infrage gestellt worden. Zwar gab es noch ein Kabinett, aber keine Kabinettssitzung. Die traditionellen Ministerien existierten nach wie vor, hatten zumeist jedoch ihren früher entscheidenden Einfluss eingebüßt. Das Beispiel des Auswärtigen Amtes demonstriert, dass, wie ein Historiker bildhaft formulierte, im Laufe der 1930er Jahre vom Motor zum Getriebe degradiert worden sei. Auch gab es ein Oberkommando der Wehrmacht, aber es hatte keine Kommandogewalt über die Wehrmacht teil. Daneben existierten Dutzende ad hoc gebildeter Stäbe von Sonderbeauftragten und reichsbevollmächtigten mit stetig wechselnden Zuständigkeiten. Doch verkämpften sich diese zumeist in einem anhaltenden Positionsgerangel, in dem jeder seinen Platz im polykratischen Gefüge der NS-Herrschaft zu behaupten und auszubauen suchte. Was in Großbritannien als ein Gesamtsystem sich verschränkender Zuständigkeiten funktionierte, stellte sich in Deutschland als ein hochgradig fragmentiertes, ja zerklüftetes Führungsensemble dar, das nur durch die Abhängigkeit jedes seiner Teile von der Gunst des Diktators zusammengehalten wurde. Hitler selbst förderte solche Fragmentierung, denn er bevorzugte die Zusammenarbeit mit Individuen gegenüber einer solchen mit Gruppen. Wie ausgeprägt diese Neigung war, zeigt die Tatsache, dass er von Kriegsbeginn bis zum Jahresende 1941, also in den ersten 28 Monaten des Krieges, die Oberbefehlshaber seiner drei Wehrmachtteile nur einmal, Entschuldigung, nur dreimal, insgesamt dreimal als Gruppe um sich herum versammelte. Drei weitere Male traf er sich zur Besprechung mit zweien von ihnen. Und die für die Kriegführung zentrale Gruppe der Generalstabschefs von Heer, Luftwaffe und Marine traf er als solche gar nur ein einziges Mal. Ein solcher Führungsstil hatte zweifellos seine Vorteile. Hitlers persönliche Position innerhalb seines Herrschaftssystems machte sie zunehmend unangreifbar. Dies freilich nur um den Preis einer fatalen Aufsplitterung aller Verantwortungsbereiche. Am Ende fühlte sich niemand anders mehr als Hitler selbst zuständig und kompetent, Deutschlands Kriegslage im Großen zu beurteilen und die notwendigen Schlüsse daraus zu ziehen. Man sei nur mehr ein hochbezahlter Unteroffizier, vertraute ein Generaloberst, denn auch schon 1942 resigniert seinem Tagebuch an. Ein viertes strukturelles Defizit der deutschen Kriegführung betraf die Organisation. Für Länder wie Deutschland oder auch Großbritannien, die nur über begrenzte demografische Mobilisierungsreserven verfügten und überdies knapp an eigenen materiellen Ressourcen waren, stellte der moderne, industrialisierte Krieg vor allem ein Organisationsproblem dar. Nur ein organisatorisch effizientes Management des Krieges versprach zu schonen, was am kostbarsten war. Zeit, Kräfte und Reserven. In dieser Hinsicht konnten sich die USA, konnte sich auch die Sowjetunion mit ihren jeweils schier endlosen Strömen an personellen und materiellen Ressourcen Fehler erlauben, die für das Deutsche Reich tödlich waren. Umso bemerkenswerter und angesichts der Organisationswut des NS-Staates auf den ersten Blick überraschend, ist die Unfähigkeit, Nazi-Deutschlands den totalen Krieg so zu organisieren, wie es für einen Sieg notwendig gewesen wäre. Erneut ist der Vergleich zu Großbritannien aufschlussreich. Das Vereinigte Königreich war ein Land von ähnlich begrenzten Ressourcen wie Deutschland, besaß in seinem weltweiten Commonwealth jedoch einen ebenso starken Rückhalt wie in seinen privilegierten Beziehungen zu den USA als der weltweit führenden Industriemacht. Deutschland andererseits hatte sich aus freien Stücken mit Nationen verbündet, die mit der Sowjetunion als einzige Ausnahme alle noch rohstoffärmer waren als das Reich und daher teilweise von dessen Lieferungen abhingen. Auch und gerade unter dem Respekt der Rohstoffsicherung war Hitlers Bündnis mit Stalin im August 1939 daher als ein besonders geschickter Schachzug des deutschen Diktators angesehen worden. Dass Hitler die prekäre Partnerschaft mit seinem einzigen im großen Stil exportfähigen Verbündeten aufkündigte und auch diesen 1941 mit Krieg überzog, stellte die ohnehin überforderte deutsche Kriegs- und Rüstungswirtschaft vor kaum zu lösende materielle und personelle Probleme. Von Anfang an nämlich erwies sich der deutsche Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion auch als ein deutscher Selbstvernichtungskrieg. Die Weiheten Russlands wurden nicht nur zu einer unüberschaubaren Müllhalde für die Rüstungsgüter des Reiches, sondern auch zu einem Massengrab für seine Soldaten. Die Wehrmacht erlitt seit 1941 durch Tod und Verwundung auf vorwiegend sowjetischen Schlachtfeldern sogenannte blutige Verluste von durchschnittlich monatlich etwa 100.000, in späteren Jahren bis zu 200.000 Männern. Die Folge von alledem waren schon bald anhaltende, erbitterte Verteilungskämpfe zwischen Wehrmacht, Industrie und Partei um Menschen und Güter. Die Frage nach der angemessenen Verteilung dessen, was Generalfeldmarschall Keitel einmal als Sparstoffmensch bezeichnete, wurde zur vielleicht größten organisatorischen Herausforderung für das Regime, an der es immer wieder scheiterte. Die bereits erwähnte Fragmentierung und Zersplitterung der deutschen Führung, ihre systembedingt mangelnde Binnenkooperation und wechselseitige Rivalität trugen zu diesem Scheitern nicht unwesentlich bei. So sind rigide innenpolitische Maßnahmen zur Durchsetzung des totalen Krieges nicht nur zu spät, sondern auch zu halbherzig in Angriff genommen worden. Während sie von den einen forciert wurden, wurden sie von den anderen torpediert. Dabei spielte neben dem Schutzeigener Privilegien vor allem die Sorge um die Moral der Bevölkerung im Falle übermäßiger Belastungen eine große Rolle und fürchtete einfach einen neuen November 1918. Ebenso wichtig war aber auch das Bemühen um die Wahrung weltanschaulicher Grundsätze. Die beiden letztgenannten Umstände waren zum Beispiel maßgeblich dafür verantwortlich, dass trotz chronischen Menschenmangels die Mobilisierung von Frauen für den Kriegseinsatz in Deutschland spürbar geringer ausfiel als im Ersten Weltkrieg, geringer aber auch als etwa in Großbritannien, ganz zu schweigen von der Sowjetunion. Auch alle Bemühungen, das von Deutschland besetzte Europa für die Zwecke der deutschen Kriegführung zu mobilisieren, erfüllten nicht die Erwartungen. Theoretisch lagen hier durchaus jene personellen und materiellen Ressourcen, deren das Reich so dringend bedurfte. Doch führten alle Versuche ihrer Abschöpfung sehr schnell in einen Teufelskreis von Repression und Widerstand. Zwar bemühte man sich nicht ohne Erfolg, deutsche Kriegslasten systematisch auf die besetzten Länder abzuwälzen und diese mit zunehmend brutalen Methoden auszubeugen. Auch war der damit vor allem in Westeuropa verbundene Zugewinn an Arbeit und Kapital durchaus erheblich. Alles in allem aber blieb doch in allen besetzten Ländern die Produktivität unter deutscher Herrschaft im Vergleich zu den Vorkriegsjahren wesentlich geringer. Stattdessen wuchs der Hass gegenüber den Okkupanten und stärkte die Widerstandsbewegungen in ganz Europa, deren Unterdrückung wiederum erhöhte Anforderungen an die deutsche Kriegführung stellten. Diese Spirale wechselseitiger Radikalisierung hat die deutsche Besatzungspolitik niemals aufzubrechen vermocht. Ich komme zu meinem letzten Punkt, der Ideologie. Starke weltanschauliche Überzeugungen, seien sie nun religiöser oder säkulare Art, haben bekanntlich immer wieder vermocht, Kriegsbegeisterung auszulösen, wie auch den Durchhaltewillen und die Leidensfähigkeit einer von Krieg betroffenen Bevölkerung zu stärken. Der Fortschrittsglaube der französischen Revolution etwa bietet dafür ebenso Beispiele wie die diversen Nationalismen des 19. und 20. Jahrhunderts oder der radikale Islamismus unserer Tage. Auch der Nationalsozialismus als weltanschauliche Glaubenslehre hat zu einem nicht unerheblichen Teil dazu beigetragen, die deutsche Bevölkerung über Jahre trotz zunehmender Entbehrungen und einer Flut von Hiobsbotschaften auf immer neue Kriegsanstrengungen zu verpflichten. Letztlich bedeutender freilich war die destruktive Rolle der NS-Ideologie im Rahmen der deutschen Kriegführung. Und ich möchte das an zwei Beispielen erläutern. Kriegführung braucht, wie jeder Truppenführer weiß, Optimismus. Sie braucht aber auch Realismus. Die Kunst überlegener Führung besteht darin, das eine mit dem anderen zu verbinden. Im Falle des Dritten Reiches ist eben dies, zumindest auf der Ebene der strategischen Führung, nicht gelungen. Vielmehr konditionierten weltanschauliche Grundsätze, den Blick auf die Kriegslage in dem Sinne, dass der Optimismus zu einem Dogma erhoben wurde, Realismus hingegen als Defettismus diskreditiert wurde. Anders als zum Beispiel in Großbritannien wurden Führungsstäbe in Deutschland niemals angewiesen, frühzeitig mögliche Konsequenzen aus dieser oder jener zu erwartenden Niederlage auf dem Schlachtfeld in Rechnung zu stellen und gegebenenfalls rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. Niemandem in Deutschland wäre eingefallen, die Eventualität einer Niederlage etwa bei El Alamein, bei Stalingrad oder in der Normandie offen zu diskutieren. Um dem Defettismusvorwurf zu entgehen, zogen es die Führungsstäbe der Oberkommandos zuweist vor, in ihren an den Führer adressierten Memoranden Best-Case-Statt-Worst-Case-Szenarien zu präsentieren. Durchgängig wurden eigene Möglichkeiten dabei überbetont, eigene Fehler heruntergespielt, erlittene Rückschläge in Chancen umgedeutet. Gefahren wurden zwar benannt, aber die sich aus ihnen ergebenen Konsequenzen allenfalls verklausuliert angedeutet. Aufklärungsdienste wie etwa die Abteilung Fremde Heere Ost im Oberkommando des Heeres oder das Wirtschafts- und Rüstungsamt im Oberkommando der Wehrmacht, die in ihren Prognosen oftmals auf Schätzungen angewiesen waren, tendierten lange Zeit dazu, die Stärke vor allem des sowjetischen Gegners grob zu unterschätzen. Neben dem Defettismus-Tabu dürfte dabei auch eine Rolle gespielt haben, dass man sowjetischen Untermenschen außerordentliche rüstungswirtschaftliche, logistische oder allgemein organisatorische Leistungen gar nicht erst zutraute. Als später dann die Überlegenheit der Roten Armee unabweisbar wurde, wurde die Einschätzung ihrer Leistungsfähigkeit zwar realistischer, doch vermied man peinlichst, sich daraus ergebende Schlussfolgerungen für die eigene Kriegführung offen anzusprechen. Der verheerende Einfluss der nationalsozialistischen Weltanschauung wurde auch in ganz anderer Hinsicht spürbar. Sie machte nämlich das Regime und seine Protagonisten, allen voran Hitler selbst, unfähig zum Frieden. Der Begriff des Friedens kam im Wörterbuch des Nationalsozialismus als solcher ohnehin nicht vor. Das Leben der Individuen wie der Völker wurde vielmehr als ein unablässiger Kampf ums Dasein angesehen. Frieden konnte es demnach nur im Sinne einer Atempause zwischen den Waffengängen geben. Grundsätzlich glaube ich, so bemerkte der Diktator 1942 in vertrauter Runde, dass ein längerer Frieden wie 25 Jahre jeder Nation schadet. Die Völker brauchen einen Blutverlust zu ihrer Regeneration. Jeder Friedensschluss, der etwas anderes sei als ein Siegfrieden, war aus Hitlers Sicht ein Akt der Feigheit. Die Welt aber sei, wie er einmal schrieb, nicht da für feige Völker. Die Aggressivität des NS-Staates, sein konstantes Expansionsbedürfnis und die stete Radikalisierung der Hitlers Politik und Strategie auch während der Kriegsjahre charakterisierte, hatten also tiefe ideologische Wurzeln. Es erscheint daher müßig, darüber zu diskutieren, ob zum Beispiel im Sommer 1940 eine realistische Chance für einen Friedensschluss in Europa bestanden habe oder nicht. Damals hatte Hitler-London ein subjektiv wohl durchaus ernst gemeintes Angebot zu einer Beilegung der Feindseligkeiten zwischen beiden Ländern gemacht. Und ein anderer britischer Premierminister als Churchill hätte es vielleicht sogar angenommen. Indes hätte eine solche Konstellation eben nicht zu einer deutsch-dominierten Friedensordnung in Europa geführt, sondern nur dazu, dass Hitler dann völlig ungestört die Erfüllung seines Lebenstraumes, also den Angriff auf die Sowjetunion, hätte ins Auge fassen können. Auch als im folgenden Jahr dann dieser Lebenstraum tatsächlich vor der Erfüllung zu stehen schien, hatte sich die Einstellung des Diktators zum Frieden nicht geändert. Die Leute träumen heute von einer großen Weltfriedenskonferenz, ließ Hitler im Spätsommer 1941 seine Mittagsrunde wissen. Indes führe er lieber zehn Jahre Krieg, als dass ich mir den Sieg auf solche Weise wegstehlen lasse. 1943 und 1944 ließen angesichts der nun konkret drohenden Niederlage des Reiches hochrangige Generale, Diplomaten und Parteifunktionäre immer öfter durchblicken, dass sie eine politische Initiative für einen Sonderfrieden, sei es nur mit Russland, sei es mit Großbritannien, begrüßen würden. Hitler wies all solche Ansinnen stets brüsk zurück. Für den Charakter des Regimes noch bezeichnender und für uns Nachgeborene noch erschreckender als diese Ablehnung an sich, ist die Tatsache, dass die Frage einer möglichen politischen Beilegung des Krieges während der Beratung in der militärischen und zivilen Führungsstäbe des Reiches unseres Wissens nicht ein einziges Mal auf der Tagesordnung stand. Lediglich aus den Gesprächen mit verbündeten ausländischen Staatsmännern, insbesondere mit Mussolini, ließ sich das Thema nicht vollständig ausklammern, wurde aber erfolgreich marginalisiert. Anders als zum Beispiel in Großbritannien das Warcabinet gab es in Deutschland, im Deutschland Hitlers, nicht einmal ein Forum, das sich zur Erörterung dieser vielleicht wichtigsten aller Fragen angeboten hätte. Das Thema, während einer der täglichen militärischen Lagebesprechungen Hitlers anzuschneiden, wagte niemand. So blieben es denn nur mehr oder minder diskrete Wege, die Frage eines möglichen Sonderfriedens an den Diktator heranzutragen, so etwa im Vier-Augen-Gespräch oder in Form persönlicher Denkschriften. In allen diesen Fällen fiel es Hitler leicht, das Thema einfach zu ignorieren, sich in Ausflüchte zu retten oder den Gesprächspartner auf einen späteren, geeigneteren Zeitpunkt zu vertrösten. Ich komme zum Schluss. Geschichte gilt nach allgemein vorherrschender Anschauung als ein offener Prozess, dessen Ausgang durch keinerlei historische Gesetze vorherbestimmt ist. Solche Offenheit bedeutet freilich nicht, dass in einer gegebenen historischen Situation alles gleichermaßen möglich wäre. Es gibt Entwicklungen, die wahrscheinlicher sind als andere. Dem Zeitgenossen mag, muss dies aber keineswegs erkennbar sein. Bisweilen erschließt sich erst aus historischer Sicht, dass zum Beispiel Kräfteverhältnisse anders gelagert, Chancen anders verteilt waren, als es zunächst den Anschein hatte. Eben dies scheint mir im Falle des Zweiten Weltkrieges zuzutreffen. Was den Zeitgenossen als ein Ringen auf Messers Schneide erschien und dies in zahllosen einzelnen Schlachten zweifellos auch war, stellt sich dem Historiker in der Rückschau als ein höchst ungleicher Konflikt dar. Dass die Alliierten ihn für sich entscheiden konnten, war sicherlich in erster Linie der Tapferkeit ihrer Soldaten und der Opferbereitschaft ihrer jeweiligen Bevölkerung, allen voran der sowjetischen, zu verdanken. Tapfer aber und opferbereit waren deutsche Soldaten und Zivilisten nicht minder. Der entscheidende Unterschied, aus dem sich der eindeutige Ausgang des Krieges zugunsten der Alliierten erklärt, liegt, so meine hier vorgetragene These, in einer Reihe gravierender Strukturdefizite des politischen und militärischen Systems in Deutschland. Das Fehlen einer strategischen Gesamtkonzeption in Verbindung mit der Unfähigkeit zu echter Koalitionskriegführung, die Irrationalität in der Entscheidungsplanung, die Überforderung der Organisation, des eigenen Machtbereichs, sowie nicht zuletzt die ideologisch bedingte Tabuisierung unerwünschter Tatbestände, all dies zusammengenommen, lässt das Dritte Reich rückblickend als wenig geeignet erscheinen, einen gesamtgesellschaftlichen Krieg von globalen Dimensionen erfolgreich zu bestehen. Diese Untauglichkeit kontrastiert auf das Schärfste mit der geradezu obsessiven Kriegsversessenheit, welche der NS-Bewegung seit ihren Anfängen eigen war. Es war dieser immer wieder zelebrierte Kriegergeist, der die Alliierten, aber auch viele Deutsche in den Vorkriegsjahren zu einer Überschätzung der militärischen Möglichkeiten des Reiches geführt hatte. Später waren es dann die eindrucksvollen operativen Leistungen der Wehrmacht auf dem Schlachtfeld, die den Blick der Zeitgenossen auf die systemischen Unzulänglichkeiten Deutschlands trübten. Es würde zu kurz greifen, diese Unzulänglichkeiten allein mit Hitlers Persönlichkeit erklären zu wollen. Wurzelten sie doch zu einem wesentlichen Teil tief in den politischen und militärischen Traditionen Deutschlands. In mancher Hinsicht verstand der Diktator das Wesen des modernen Krieges sogar besser als viele seiner Generale, ganz zu schweigen von der Masse seiner parteipolitischen Paladine. Was er freilich nicht verstand, war die einfache Tatsache, dass der moderne Krieg Probleme von einer Komplexität generierte, welche die Möglichkeiten eines auf Personal auf Führerherrschaft gegründeten Regimes bei weitem überstieg. Meine Damen und Herren, haben Sie Dank für Ihre Geduld. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.